Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen, ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid, ich hoffe ihr hattet einen wunderprächtigen Tag und so soll es heute auch um die Pre-Season 2021 gehen mit dem Kernfokus Mythic and Legendary Items, die dann auf uns warten werden und ich muss sagen, es gibt natürlich Leute, die sagen, ja Änderungen sind immer kacke, ich will immer das behalten, was gerade da ist, zum Beispiel so mit dem League-Klient, ne, der neue League-Klient, den wollten sie auch alle nicht, mittlerweile ist er ganz cool. Dann gibt es auch wieder Leute, die sagen, ja, neue Items, neuer Schwung ist ganz cool, ich bin eher zweite Kategorie, ich finde neue Sachen immer richtig cool, wobei ich hier sagen muss, holy fucking crazy maloli, das ist so viel, das ist fast schon erschlagend, was hier auf uns wartet, deswegen, das kann man wahrscheinlich auch schon an der Videolänge sehen, ja, fangen wir am besten einfach mal an. Mythic and Legendary Items, was ist das eigentlich überhaupt? Legendary Items klingt so komplett verrückt, Legendary Items ist im Prinzip, soweit ich das verstanden habe, einfach diese ganzen Items, die wir bisher bauen können, vollendete Items, das heißt sowas wie ein Infinity Edge, sowas wie ein Rabadon, sowas wie ein Rune King, einfach diese Items, die irgendwann für 3000 irgendwas Gold, ne, da muss man gucken, was genau die Grenze ist, ob so ein Item für 2200 auch noch Legendary ist, müssen wir rausfinden, aber im Prinzip fertige, vollwertige Items. Mythic Items, Mythic Items entgegen sind, ja, ich sag mal, ein absolutes Core Item, ja, ihr könnt pro Klasse, das heißt, hier sehen wir schon, Maximum Mythic, gibt's mehrere, das Galeforce, Kraken Slayer, Immortal, Schildblau, ihr habt, glaube ich, immer drei Stück zur Auswahl und könnt immer nur eins davon bauen, das heißt, wenn ihr ein anderes Mythic Item haben wollt, Mythic, dann müsst ihr das alte wieder verkaufen. Diese Mythic Items sind ein absolutes Core Item, das heißt, man will unbedingt immer eins haben, weil die einfach fucking crazy strong sind, muss man sagen, und auch euer gesamtes Set verbessern. Fangen wir an mit Marksman, hier zum Beispiel gibt es Galeforce, ihr seht schon am Preis, das ist richtig knackig, 3400, gibt 55 AD, 20% Tech Speed, 20% Crit, das ist, ja, ganz normale Stats, sag ich soweit, und hat einen Effekt. Hier haben wir den Sephir Strike, ist so ein bisschen wie Protobelt, das heißt, ihr dasht in eine Direction, also in eine Richtung, ist ein bisschen crazy, weil Marksman braucht man das unbedingt, aber cool. Dann schießt ihr Bolts ab und trefft das Lowest Health Target in der Nähe, ne, Champions werden priorisiert, man sieht auch, macht ganz guten Damage, 300, skatet mit Bonus Attack Damage, macht Magic Damage und macht mehr Schaden gegen Low Health Targets. Und hier sehen wir die Mythic Passive, das heißt, jedes dieser Mythics hat diese Mythic Passive, verbessert alle Legendary Items, die ihr habt, also alle vollwertigen, wenn ihr also noch einen Infinity Edge habt oder noch einen, keine Ahnung, Phantom Dancer, geben diese jeweils drei Movement Speed dazu. Ist also gerade ein Item für sehr mobile Champions, weil sie nicht nur hier einen Dash dazu bekommen, sondern auch immer mehr Movement Speed. Das heißt, wer könnte davon profitieren, das ist jetzt eine gute Frage, vielleicht sowas wie Draven, weil, ich meine, Draven will natürlich sehr aggressiv spielen und wenn man auf den Gegner zudasht und ihm dann drei Qs ins Gesicht ballert, vielleicht, werden wir dann rausfinden, das ist immer dann interessant, ne, welches Mythic ist, wann, wo, wie, gut. Ne, aber vor allem Movement Speed, ne, wer profitiert viel von Movement Speed, vielleicht auch so eine Callister, man weiß es nicht. Kraken Slayer, hier sehen wir auch Anti-Tank, ne, das gerade war Mobility, hier haben wir Anti-Tank, damit man so alle Champions so ein bisschen abhandelt. Natürlich wird irgendwo immer noch ein Champion sein, der sagt, ja, und was ist mit mir? Hallo, ich bin Ezreal, ich bin Gangplank, was ist mit mir? Kriege ich auch was? Ne, die sind immer so ein bisschen... So, was haben wir hier? Stats sind eigentlich ziemlich gleich, muss man sagen, hier ist 5 AD weniger, dafür ein bisschen mehr Attack Speed, Krit ist gleich. Every Third Attack is enhanced und macht zusätzlichen Schaden. True Damage, ja, Anti-Tank. Das ist also das absolute Vein-Item, kann man sagen. Jedes Mal, wenn du einen dritten Angriff machst, prügelst du einfach die Seele aus deinem Gegner heraus. Außerdem grants all Legendary Items plus 10%. Das heißt, nochmal kurz, um das zu verdeutlichen, ihr habt einen Infinity Edge plus 10%, ihr habt einen Phantom Danger plus 10%, ihr habt... Ich weiß nicht, ob Schuhe zählen, ich glaube nicht. Ihr habt, keine Ahnung, einen Blutdürzer plus 10%. Ihr habt noch ein Item, dann habt ihr insgesamt vielleicht 4 Items plus 40%. Das ist für eine Vein balanced. Ne, und wenn du mit den True Damage-Dingern weggeballert wirst, macht Bock. So, Immortal Schildblau. Das hier ist immer schwierig. Survive and Burst. Ich meine, warum Survive and Burst? Das ist wie, ja, gut, auf jeden Fall, hier haben wir vor allem Lifesteal mit drin. Das könnte vielleicht auch für Draven cool sein. When Taking Damage, also wenn du... Das ist im Prinzip Phantom Dancer. Ja, wenn du Damage, bei Phantom Dancer kommen wir nämlich nachher zu, wird geändert. Ne, viele Items werden geändert, auch alte Items. Wenn du unter 30% droppst, dann kriegst du ein Turbo-großes Schild 650. Ja, moin, hallo, guten Tag. Und bekommst Lifesteal. Außerdem, fast nicht ganz, bekommt man Armor und Magyra Stance. Ja, ich weiß, es heißt Survive and Burst, aber... Ja, Armor und Magyra Stance ist nur gut, wenn man noch HP zusätzlich hat. Muss mal gucken, ob man irgendwie HP noch ins Kit mit reinkriegt. Aber, naja, das skaliert ganz gut dann mit dem Schild auf jeden Fall. Muss man mal sehen. So ein Draven zum Beispiel oder irgendein Champ, der sowieso genug Schaden macht. Der wird damit auf jeden Fall sehr schwer zu töten sein. Aber, man macht natürlich nicht ganz so viel Schaden. Ne, hier hat man Lifesteal, hier hast du richtig Prügel-Damage. So, Tank Mythic. Tank Mythic dreht sich alles um, den Gegner verbrennen. Um, ich brauche keinen Skill. Ja, tut mir leid, ich hate Tanks ein bisschen. Auf jeden Fall, ihr habt immer dieses, ja, was um euch rum quasi brennt. Achso, und hier haben wir auch eine neue Ability. Das hatten wir, glaube ich, nicht, beziehungsweise einen neuen Wert. Ability Haste. Ich erkläre kurz Ability Haste. Ability Haste ersetzt Cooldown Reduction. Im Prinzip kann man grob sagen, dass ein Ability Haste 1% Cooldown Reduction ist. Grob. Der Unterschied hier ist, Ability Haste kann man bis ins Unendliche stacken. Ja, ihr könnt also nicht, ihr könnt, keine Ahnung, nicht nur 40% Cooldown Reduction wie vorher haben, sondern ihr könnt 100 Ability Haste haben, 200, 300, 400. Der Unterschied hier ist, dass es so ist wie Armor und Magie Distance. Das heißt, je mehr ihr davon habt, umso weniger bringt es euch. Ja, wenn ihr irgendwann 400 Ability Haste habt, dann bringt euch ein weiterer nur noch, keine Ahnung, 0,03% oder sowas. Das heißt, was im Prinzip der Wert ist, wenn ihr, ich habe mir das hier aufgeschrieben, ja, ich recherchiere das ja für euch, damit ihr sagt, ja Tobi, was heißt das jetzt? Das sage ich euch jetzt. Und zwar, aktuell ist ja 40% das CDR Cap. Wenn ihr 66 Ability Haste habt, dann habt ihr genau 40%. Ja, das kann man sehen, hey, ihr habt jetzt auch ein bisschen mehr auf den Items, statt 10 habt ihr jetzt hier zum Beispiel 15. Das heißt, man bekommt bei allen Items auch mehr Ability Haste. Wenn ihr 100 Ability Haste habt, habt ihr 50% CDR. Das heißt, wenn ihr Bock habt, hey, ich möchte super viel zaubern, ich möchte die Scheiße aus den Gegnern rauszaubern, ich bin Rise, ich bin keiner in Castle Pie oder was weiß ich, dann könnt ihr richtig viel Ability Haste späben. Ja, klar, alles was danach kommt, so ab 100, ne, ihr müsst dann richtig, richtig viel kaufen und bekommt relativ wenig dazu. Der Vorteil hierbei ist, dass man ja nicht so engstirnig die Item Builds machen muss oder Probleme damit hat. Ja, aktuell ist es so, du hast 30% und willst dir ein Item kaufen, das hat aber 20%. Dann sagst du dir, ja, scheiße, das würde ich jetzt zwar gerne haben, aber wenn ich das jetzt kaufe, dann kann ich, dann gebe ich 10% weg. Das gefällt mir nicht, das finde ich nicht so cool. Und hier kannst du jetzt einfach sagen, ja, ich kaufe einfach alles, wo ich Bock drauf habe, ne, da muss man zumindest nicht mehr auf die CDR achten. Das ist einer der Vorteile und, ja, man kann das Ganze ein bisschen einfacher balancen, wurde gesagt, und man kann halt sein Item Build sehr weit variieren. Gut, kommen wir zum Item. Das hier ist Typical Sunfire, es burnt einfach die Seele aus den Gegnern heraus. Und zwar ist es so, es macht mehr Damage an Minions Monstern und vor allem stackt das Ganze. Das heißt, immer wenn ihr einen Gegner um euch herum verbrennt, dann bekommt ihr 12% mehr Damage, stackt 6 Mal. Finde ich schwierig. Ich finde Sunfire ist generell ein komplett weirdes Item. Es macht turbo viel Damage dafür, dass du nichts machen musst. Du musst einfach nur am Gegner stehen und machst super Burning, mega krass viel Damage. Haben wir in TFT alle gesehen, dass das sehr balanced ist, dieses Item. Auf jeden Fall ist es so, dass das Ding auch, wenn ihr maximales Tax habt, also 6, dann explodiert es. Ja, das ist ja, kann das aktuelle Sunfire auch so ein bisschen, wenn ihr jemanden CC't, explodiert es. Hier kriegt ihr sehr viel Ability-Haste dazu. Kann natürlich für Caster, Tanks, also ich meine, jeder tankt, castet viel und gerne. Also Maokai, Nautilus, jeder einfach. Ist das ziemlich cool. Also, auch hier kann man jetzt sagen, wäre das 5% CDR gewesen, wäre es irgendwie schwierig. Da musst du gucken, ja, kaufe ich jetzt noch so ein Item, kaufe ich noch dies, kaufe ich noch das, passt das noch. Gut, Frostfire Gauntlet. Frostfire Gauntlet ist im Prinzip sehr ähnlich, verbrennt auch den Gegner, stackt sich aber nicht hoch und hat ein bisschen, naja, eigentlich Vergleichswerte, muss man sagen. Hat ein bisschen weniger AP, dafür ein bisschen mehr Rüstung, ansonsten eigentlich gleich. Hier ist das Ding, naja, es macht diesen Burn, aber es macht auch ein Frostfield, quasi wie Iceborne Gauntlet und slowt den Gegner um 30%, scalet mit Leben, ja, also Iceborne Gauntlet. Ohne diesen Sheen-Effekt, muss man aber sagen. Dafür aber mit Burn-Effekt. Hier haben wir einen ziemlich geilen Effekt, muss man sagen, und zwar ist es so, ihr bekommt pro Legendary Item 100 Health und 7,5% Size. Also, finde ich auch nicht schlecht, ne. Beides coole Items, muss man gucken, wo man natürlich mehr Bock drauf hat, ne. Hier kaufst du ein Item und verbrennst alles um dich rum. Alter, haben wir schon 9 Minuten? Oh mein Gott, das Video wird so lang werden, das tut mir leid. Ja, aber gut. Berserker Suit, Berserker Suit. Hier haben wir ein Item, auch natürlich schön für Tanks. Ihr bekommt das 75% Movement Speed, das könnt ihr euch vorstellen wie Righteous Glory. Ihr lauft auf den Gegner zu, slowt dann alle um euch herum und das Item brennt, ja. Wir machen mal ein bisschen mehr Tempo hier. Das Ganze gibt euch Tenacity und Slow Resistance für jedes Legendary Item. Das heißt, ihr seht, viele Items wurden einfach umgepackt. Ja, man hat andere Effekte genommen, wie zum Beispiel Righteous Glory und hat da die Berserker Suit rausgemacht. So, Assassins, holy shit, Leute. Als ich das gelesen habe, das Glade of Traktar. Das ganze Ding hat erstmal 25 Ability Haste. Klingt auf jeden Fall super saftig. Und wenn ihr einen Gegner angreift, absolut ganz normales Item. Ihr macht den, was ihr auch immer gemacht habt. Aber, wenn ihr einen Champion killt, beziehungsweise wenn ein Champion sterbt, an dem ihr Damage gemacht habt, wird der Cooldown resettet, was super cool ist. Und ihr werdet unsichtbar für 1,5 Sekunden. Holy Grunt the Moly. Super Crank. Außerdem bekommt ihr mehr Ability Ace, also Traktar Blade. Holy shit, jeder Assassin will das Ding First Item kaufen wahrscheinlich. Klingt mega krank. Weiter geht's. Eclipse. Eclipse ist, ja, da muss man mal gucken, was es ist. Das Ding hat erstmal Omni Vamp. Das heißt, ihr könnt mit Zaubern euch heilen. Außerdem, wenn ihr einen Gegner, einen Champion hittet mit zwei separaten Attacken oder Abilities, macht ihr Bonus Damage. Das klang erstmal hier richtig krass. 16% Maximum Health. Holy shit. Das ist super krass. Und ihr bekommt Movement Speed und bekommt ein Schild. Naja, bei Rain Champion ist das Ganze ein bisschen schwächer. Allerdings muss man sagen, dass der Cooldown auf 6 Sekunden ist. Ich meine, das ist auch fair. 16% ist richtig krank. Ich weiß nicht, warum. Ich sehe irgendwie Akali hier bei diesem Item. Ne, Akali könnte bestimmt. Omni Vamp ist sehr, sehr, sehr cool. Sie benutzt sehr, sehr viele Spells. Sie kann sich auch sowieso ein bisschen... Der Fight geht immer ein bisschen länger. Da kriegt man wahrscheinlich auch zweimal die 16% raus. 16% klingt krass. Ist, muss man aber sagen, gegen squishige Targets gar nicht mal so cool. Gegen sowas wie Kate. Also wenn die Gegner weiche Ziele haben, will man das nicht unbedingt kaufen vielleicht. Aber wenn die Gegner natürlich sehr viele Tanks haben, könnte man das sogar auf jeden Champ kaufen. Also auf jeden Assassin Champ meine ich. Brawler's Claw. Brawler's Claw ist so ein bisschen wie Protobelt. Das Ding hat, muss man sagen, deutlich mehr Attack Damage als die anderen beiden. Beziehungsweise halt 10 mehr. Ist schon was. Hat außerdem sehr, sehr viel Lethality. Und gibt euch als Mythic super viel Lethality. Ja, hier 6 Lethality. Hier kriegt ihr übrigens Armor Penetration dazu. 5%. Ist auch cool. Hier muss man sagen, ja, das ist auf jeden Fall ein Tank Shredder Ding. Hier kriegt ihr prozentuale Armor Penetration. Ist die Frage, ob da auch Magic Penetration drin ist für Akali. Na, zum Beispiel. Und hier bekommt ihr Lethality. Na. Für squishige Targets. Hier habt ihr einen Dash, der auf den Gegner zu dasht. Muss man sagen, hat super wenig Damage. Skaliert aber mit Attack Damage. Und reduziert die Rüstung des Ziels um 30%. Könnte ziemlich cool sein. Mobile Assassins machen immer super viel Spaß. Vor allem für den Gegner. Kappa. Aber, ja. Interessant. Könnt natürlich gerne sagen, was ihr von den Items haltet. Weiter geht's mit AP. Beziehungsweise AP Mana. Da wurde natürlich dran gedacht. Hier haben wir erstmal Leandriss. Ist im Prinzip einfach Leandriss. Hat super, in super krass. Hat super krass Werte. Kostet auch turbo mäßig viel Geld. Hat mega für Ability Haste. Ich glaube 25 Ability Haste ist so ungefähr 20%. Na. Das wird ja mit der Zeit immer weniger. Habe ich euch erklärt. Ja. Hier muss man sagen, eure Spells verbirnen den Gegner. Aber nicht nur prozentual. Sondern auch für einen Flatwert. Der mit AP skaliert. Das alte Leandriss ist ja einfach nur 4% gewesen. Oder 3. Oder 2. Oder irgendwie sowas. Nur ein Prozentwert. Und hier skaliert das ganze Ding. Außerdem wird die Magieresistenz um 5% stackend reduziert. Bis zu 25%. Ihr bekommt hier außerdem super viel Ability Haste. Ja. Anti-Tank. Na. Seid ihr Brand. Kauft euch dieses Ding. Und jeder wird sterben. All men must die. Ist komplett krank. Keine Ahnung. Also die Items klingen super turbo heftig. Ludens Tempest ist im Prinzip Ludens. Cool hierbei ist, dass wir Magic Penetration drin haben. Ansonsten einfach den Ludens Effekt. Plus 30% Movement Speed haben wir noch dabei. Und ihr bekommt Magic Penetration dazu die ganze Zeit. Weiter. Everfrost. Everfrost ist im Prinzip ja so ein bisschen wie GLP. Das heißt ihr habt hier sehr sehr viel Mana muss man erstmal sagen. Wobei das ist hier überall drin. Okay cool. Hier habt ihr aber noch HP drin. Das ist nicht bei der anderen drin. Okay. Ja. HP habt ihr mit drin. Ihr macht 100 Damage. Ist super wenig. Aber dafür slowtet ihr die Gegner einfach für für immer. Beziehungsweise für ihr könnt nicht mehr laufen. 65%. Ist schon ziemlich krass. Und wichtig hierbei ist. Die Gegner im Cone. Also im Circle. Also im Kegel. Werden geroutet. Na. Ist auch nicht schlecht. Muss man sagen. Und ihr bekommt für jedes Item 15 Ability Power mehr. Das hier ist so für diese Utility Champions. Ne. So was wie vielleicht Annie oder keine Ahnung. Die so ein bisschen an den Gegner rankommen müssen. Die die halt GLP kaufen. Keine Ahnung. AP Shacko. So. Dann haben wir noch. AP Mythics Non Mana. Hier ist erstmal der Hextech Rocket Belt. Also nicht mehr der Proto Belt. Und zwar kostet der natürlich jetzt deutlich mehr. Der alte hat 2300 oder sowas gekostet. Jetzt haben wir 3200. Hat dafür aber auch saftig viel AP. Muss man sagen. 80. Das Ding macht auch glaube ich etwas mehr Schaden. Ich hab die Zahlen nicht genau im Kopf. Und gibt euch nachdem ihr es benutzt habt. 75% Movement Speed in die Richtung des Champions. Ja muss man sagen. Ist nur eine Sekunde. Ist aber auf jeden Fall nett. Hier muss man aber. Ich weiß noch nicht was ich davon halten soll. Man baut das ja sehr gerne auf Fizz. Und auf Fizz wolltest du es mega schnell fertig haben. Das war ja das krasse an Proto Belt. Das ist einfach einmal hin alles drin. So nach dem Motto. Ihr bekommt aber auch 5 Magic Penetration. Das spricht absolut für Fizz. Oder für Echo. Oder für alle die gerne Proto Belt den Gegner ins Gesicht hauen. Keine Ahnung wie das ausspricht. Arxamux Folly. Was auch immer ein Folly sein soll. Magic Vamp. Hier habt ihr auch wieder Omni Vamp drauf. Das ist cool. Ich glaube Omni steht für Duo. Oder? Kann das sein. Dass man halt durch Physical und Zauber. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß auch nicht alles. Gut. Auf jeden Fall ist es hier. Für jeden Champion. Das ist sowas für so Swain mäßig. Für jeden Champion. Beziehungsweise wenn ihr im Combat seid. Kriegt ihr Scaling Prozent Damage. So wie das alte Liandius. Das deckt sich hoch auf 15%. Und wenn es hochgesteckt ist. Dann wird dieser True Damage. Bonus Damage den ihr macht. Also ihr macht quasi 15%. Wird in. Diese 15% sind 100% True Damage. Ich hoffe das kam ungefähr rüber. Also es wird umgewandelt. Ja. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Glaube ich. Wenn man sehr lange im Fight ist. Sowas wie Rise sehe ich hier. Rise. Vielleicht Swain. Jeder der gerne lange prügelt und zaubert. Kassopaya. Sehe ich hier. Hier kriegen wir ebenfalls Magic Penetration. Allerdings prozentual. Ich glaube hier oben ja. Hier oben war das flat. Gut. Night Harvester. Night Harvester weiß ich noch nicht ganz genau. Was ich von halten soll. Muss ich ehrlich sagen. Das Ding ist. Ihr macht Damage. Damaging an Enemy Champion. Macht ganz netten Schaden tatsächlich. Und ihr bekommt Movement Speed. Das heißt. Jedes Mal wenn ihr mit einem Zauber auf jemanden schießt. Werdet ihr schneller. Ist nett. Oder auch. Ich glaube Auditech reicht auch. Und. Ich meine. Jetzt ein Pauken ist echt cool. Aber es hat einen giga hohen Cooldown. 60 Sekunden. Und. Ja das war es auch schon. Ihr greift den Gegner an. Macht Damage. Und seid schneller. Das was man hierbei sagen muss. Und das ist die Stärke dieses Items. Es hat einen Cooldown per Champion. Das bedeutet. Ihr könnt das an jedem Champion auslösen. Deswegen steht ja auch Teamfight Multikill. Es könnte. Es klingt erstmal nicht so krass. Aber wenn ihr es halt in einem Teamfight. Fünfmal auslöst. Könnte es heftig sein. Vor allem ist die Frage. Wenn ihr jetzt mit einer Oriana Ult. Fünf Leute trefft. Sagen wir einfach mal. Dann müssten ja alle fünf. Diesen Bonus Damage bekommen. Und ihr seid. Ich weiß nicht ob das stackt. Aber. Vielleicht seid ihr dann. 100% schneller oder sowas. Oder 125. Oder je nachdem wie viel ihr trefft. Vielleicht auch nur 25%. Auf jeden Fall. Ja muss man mal sehen. Hier ist noch Ability Ace drauf. AD Fighter Mythics. Das heißt sowas wie Olaf. Irelia. Und so weiter. Trinity Force kostet jetzt deutlich weniger. Das hat damals 3,7 irgendwas gekostet. Hat dafür aber auch weniger Werte. Hat jetzt weniger Tag Speed. Hat weniger Health. Hatte vorher auch Mana. Trinity Force hat den alten Spellblade Effekt. Das heißt. Ihr zaubert und macht Damage. Das ist ganz normal drauf geblieben. Hier habt ihr jetzt den Effekt außerdem. Dass ihr Movement Speed bekommt. Das ist ja quasi wie Phage Feuer. Aber das ist ein bisschen anders. Und zwar ist es so. Eure Attacken geben euch Movement Speed. Und Base Attack Damage. 5%. Und diese Base Attack Damage scalen 6 mal. Das ist im Prinzip Conqueror Force. Conqueror Trinity Force. Das heißt. Wenn ihr lange fightet. Prügelt ihr die Seele aus dem Gegner. Sowas wie Olaf. Ja. Und hier kriegt ihr auch super viel Attack Speed drauf. Boah. Das klingt echt heftig. Mann. Ich hab jetzt schon Angst. Muss ich sagen. Gore Drinker. Gore Drinker ist eigentlich das. Was Olaf wirklich will. Warum reden wir eigentlich über Olaf? Der Champ ist... Ich mag ihn nicht. Gut. Hier haben wir super viel Base Health Regeneration drin. Das ist der Unterschied vor allem. Stuts sind alle sehr ähnlich. Hier habt ihr ebenfalls... Ne. Stopp mal. Wo bin ich? Hier. Da bin ich. So. Ne. Stopp. Guck. Ne. Das sind doch andere Stuts. I'm sorry. Gut. Hier haben wir mehr Attack Damage. Dafür kein Attack Speed. Hier oben haben wir 33% Attack Speed. Hier geht es eher um Prügeln, HP und Ability Health. Gut. Was wir hier haben ist, man macht Damage in einem Cone wieder. In einem Circle. Sorry. Und das ist so ein bisschen wie von Kimmel. Das heißt, ihr macht Schaden und für jeden getroffenen Gegner... Ähm... Stopp. 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 Jetzt komm ich... Verwere ich mich, glaube ich. Genau. Doch. Recover Health. Sorry. Genau. Ihr recovert Health wie bei Kimmel. Das heißt, ihr trefft Gegner und bekommt Health dazu. Ansonsten, äh... Das Ding skaliert mit Ability Haze. Das ist ganz cool. Ihr bekommt außerdem... Und das ist, was so ein bisschen, ja... Tründermär mäßig ist jetzt hier. Und deswegen meine ich Olaf. Ihr bekommt 1% Increased Attack Damage für alle 5% von eurem Leben, die fehlen. Das heißt, wenn euch 75% Leben fehlen, bekommt ihr plus 15% Attack Damage. Tründermär, was geht. Ne. Übel heftig. Und auch für Olaf, der ja übel ausrastet, wenn er wenig AP hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon erdrückend oder schlagen ist. Das kann sein. Tut mir leid. Aber das... Ich meine, ich wüsste nicht, was ich sonst machen soll, Leute. Das ist einfach... Es ist einfach mega viel. Hier bekommt ihr Ability Haze und Attack Damage dazu. So. Weiter. Dann haben wir Stride Breaker. Es ist einfach insane viel. Stride Breaker hat wieder ein bisschen Attack Speed mit drin. Hat so wieder alles so ein bisschen. Ein bisschen Attack Damage. Ein bisschen AP. Hier habt ihr den Effekt Dealing Physical Damage. Macht euch 20 Move and Speed. Also im Prinzip auch wieder so ein bisschen wie Phage. Wenn ihr den Gegner killt. Und das war ja auch der richtige Phage-Effekt. Naja, der Hammer. Der auch bei Black Cleaver ist. Dann bekommt ihr 60 Move and Speed. Ist auf jeden Fall cool. Außerdem habt ihr Lunch and Short Distance. Das heißt auch hier so ein bisschen wie von Fiora. Könnt ihr ein Stückchen springen. Und macht Schaden in einem Circle. Und slutet die Gegner. Muss mal gucken, wie gut das Ganze alles ist. Für mich klingen die anderen beiden Items besser. Aber... Was ich mich auch frage, ist, ob man daran gebunden ist. Wahrscheinlich nicht. Also könnte ich als Tank auch, keine Ahnung, Hextech Rocket Bait kaufen. Wahrscheinlich schon. Muss man dann mal rausfinden. Gut. Divine Devourer haben wir noch. Das ist das letzte Item für die. Haben die dann vier? Warum haben die vier? Hatten die anderen vier? Ja, okay. AP hatte auch mehrere. Gut. Divine Devourer. Beim Divine Devourer ist es so, dass... Wenn ihr einen Zauber macht, habt ihr erstmal wieder diesen Spellblade-Effekt von Trinity drauf. Außerdem, when Spellblade hits a Champion, also wenn... Ne? Also, Sheen. Sagen wir Sheen. Wenn Sheen einen Gegner trefft, heilt ihr euch für 60% vom Charm. Ist also eher so die Caster-Variante vielleicht so ein bisschen. Und auch die Tank-Anti-Tank-Variante. Weil ihr nämlich das Ganze scaled mit... Beziehungsweise macht Damage von eurem Max-Helf. Ja, 6% von eurem Max-Helf. Prügelt ordentlich rein. Ne? Wenn ihr lange mit dem Gegner fightet. Also, holy shit, das ist schon krass. Hat 1,5 Sekunden Cooldown. Und ihr macht 6% of your Max-Helf-Damage. Macht ordentlich Damage und ihr kriegt 100 HP dazu. Enchanter Mythics. Die können wir, glaube ich, relativ schnell abhandeln. Weil die sind alle, ja, sehr gleich. Enchanter sind quasi Supporter. Hier haben wir als erstes Shurelias. Das ist im Prinzip genau Shurelias. Nur mit besseren Stats. Und einem besseren Effekt. Das heißt, eure Verbündeten bekommen Move-N-Speed, Decaylen. Und machen mehr Schaden. Ja? Auf die nächsten 3 Attacken. Und es ist quasi Shurelias schneller laufen plus Nami-E. Auf alle drauf. Für die nächsten 3 Attacken macht jeder 60 bis 100 Bonus-Magic-Damage. Außerdem geben alle Attacken plus 3 Move-N-Speed. Äh, alle Legendaries. Das heißt, so ein bisschen wie Raka. Locket of the Iron Solari ist einfach Locket of the Iron Solari. Was soll ich dazu sagen? Mit ziemlich guten Werten. Ich glaube, vorher hatte das nicht 430. Aber bei Supportern-Items bin ich auch so ein bisschen raus. Gut. Dann... Oh ja, okay, komm. Also wir haben hier natürlich noch die Iron Aura. Die Iron Aura gibt 5 Arme und Magier Stents. Und bei Mystic Passive ist... Grants all other legendary items. Äh, 2 Magic Increase to Iron Aura. Okay. Das heißt, die Iron Aura wird stärker durch die Mystic Passive. Ist auf jeden Fall cool, so eine Iron Aura, ne? Dann haben wir noch Moonstone Renewer. Moonstone Renewer ist für alle Champions, die so ein bisschen heilen wollen quasi. Das heißt, hier oben haben wir Engagen. Hier haben wir so ein bisschen Beschützen. Und hier haben wir Heilen. Heilen ist auch Beschützen, aber halt anders. Immer wenn ein Spell oder Attacke einen Champion betrifft, dann heal the most damaged nearby ally. Das heißt, der, der am meisten Damage bekommen hat, wird geheilt. Hat 2 Sekunden Cooldown. Und hier ist das Interessante. Je länger ihr im Combat seid, umso höher stackt das Ganze. Um 25% auf maximal 100%. Das heißt, eine Soraka, die permanent im Fight ist, beziehungsweise die heilt nicht um 100% mehr, sondern der Effekt ist um 100% stärker. Und das ist schon ziemlich krass. Ist im Prinzip ein bisschen wie Benefee, muss man sagen. Nur krasser. Hier habt ihr Ability Haze drauf. Dann gibt es noch neue Items. Ja, hey. The Collector. Also das ist... Leute, das ist so viel. Holy shit. The Collector. Klick ein bisschen verrückt. Ist ein Assassin Item. Für 3000 Gold ist also schon knackig. Ist ein bisschen eine Mischung aus Triumph und ein Assassin Item. Das heißt, wenn ihr einem Ziel Damage machen würdet, was dieses Ziel unter 5% bringt, dann killt ihr es. Gegen Tanks Super Crank. Weil dann einfach 5% könnte echt noch viel sein. Und ihr bekommt 25 Gold. Generell glaube ich, dass das Item nicht so gut ist, weil man da 3000 Gold rein investieren muss. Und vorher kauft man sich wahrscheinlich erst mal ein Mythic Item. Navori Quick Blade. Das Navori Quick Blade ist im Prinzip so ein bisschen wie Sojin. Das heißt, immer wenn ihr Critical strikt, dann wird euer Non-Ultimate Ability Cooldown um 20% reduziert. Aber nicht vom Gesamtwert, sondern vom Remaining Cooldown. Das heißt, es ist nicht so, dass wenn ihr 5 Mal angreift, wieder 100% reduziert habt, sondern immer von dem Wert, der noch da ist, gehen 20% runter. Ist ein bisschen mehr Balance, muss man sagen. Force of Nature haben wir tatsächlich auch wieder dabei. Das ist ja ein Item, was... Ja, in TFT gibt es ja schon länger, aber es gab es ganz damals. Und dann wurde es entfernt. Das ist ein Mundo-Item. Das heißt, wenn ihr Damage bekommt durch Abilities, dann bekommt ihr Movement Speed und Magieresistenz. Und das ganze stackt so 5 Mal. Ja. Wenn ihr also mega lange im Fight seid, seid ihr mega schnell und tötet alles. Und seid tanky. Aber nur Magieresistenz, muss man sagen. Serpent's Fang. You deal 300% Damage to Shields. Klingt interessant. Ist natürlich sehr matchup-abhängig. Muss man echt gucken, ob man da 2800 Gold rein investieren möchte. Hat aber auch natürlich gute Werte. Viel AD, viel Lethality. Aber sehr situativ. Also da müssen die Gegner schon echt verdammt viele Schilder haben. Horizon Focus haben wir dann noch. Das ist auch so ein Item. Boah, da weiß ich nicht, du. Das ist so ein Xerat Luxe-Item. Vielleicht auch für Niederle oder sowas. Das Teil kostet 3000 Gold und gibt euch 100 AP. Das ist super ineffektiv. Das ist überhaupt nicht gut. Erstmal, ja. Aber, wenn ihr einem Champion über 850 Range Damage macht mit einer Ability oder sie immobilisiert, das heißt, dass sie nicht laufen können, werden sie revealed. Und ihr Schaden, den ihr denen macht, wird um 15% erhöht für 6 Sekunden. Ist also, ja, also erstmal sehr speziell. Das heißt, so ein Xerat, der jetzt auf Long Range jemanden trifft und dann alle Ults reinballert und die 15% mehr Damage machen, könnte krass sein. Aber da muss man echt gucken, ob man das nutzen kann und halt auch echt nicht auf viele Champions. Dann haben wir Cosmic Drive. Das ist auch ein AP-Item wiederum. Hat viel Ability Ace, muss man sagen. Hier ist es so, wenn ihr Damage an einem Gegner macht, dann bekommt ihr Move and Speed. Ist cool. Das Ganze skaliert auch mit Ability Ace. Könnte sehr nett sein für Champions wie Cuts of Fire oder Rise. Jedes Mal, wenn ihr Damage macht, steht auch kein Cooldown dabei für 4 Sekunden. Klingt krass. Spelldance. Könnte super Crank sein für Lilia. Demonic Embrace. Demonic Embrace. ist Liandius im Prinzip. Das heißt, ihr macht ein Ability auf den Gegner, macht 2% Damage an den. Aber, also 2% Maximum Health Damage. Aber hier haben wir noch den Effekt, dass ihr 20 Arme und Magie Resistence bekommt, wenn Gegner, ja, diesen Effekt drauf haben. Das Ganze wird pro Gegner, der diesen Effekt hat, um 5 verstärkt. Das heißt, ihr bekommt mehr Arme und Magie Resistence. Sehr cool für Sven. Muss man auch sagen, hat Turbo viel AP, 80. Normalerweise haben solche Items nur so 60 oder so. Kostet aber auch 3.000 Gold. Cerelias Grudge. Das ist im Prinzip Rhylis. Das heißt, wenn ihr einen Gegner Schaden macht, es lautet immer nur 30%. Ist nett. Hat 30% Armor Penetration. Es ist also ein Attack Damage Rhylis. Was? Es ist also ein Frost Hammer. Für Zauber. Könnte für den einen oder anderen Champion ziemlich cool sein. Muss man sehen. Okay. Silver Vevee Leg Plate. Das ist im Prinzip QSS. Hat jetzt Attack Damage, Health Magie Resistence. Hat es ja vorher auch, aber kein Lifesteal jetzt mehr. Und hier ist der Effekt deutlich stärker geworden. Denn ihr nehmt die Effekte runter und bekommt 40% Tenacity und Slow Resistance. Das war vorher, meine ich, nicht drauf. Und das ist schon ziemlich krass, muss man sagen. 40% danach, heftig. Für 3 Sekunden. Champunk's Chainsaw. Auch für Life, äh, beziehungsweise Heal wurde ein bisschen, beziehungsweise Anti-Heal gearbeitet. Und zwar, wenn ihr Physical Damage macht, dann macht ihr Grievous Wounds drauf. Das ist nett. Und wenn das Ziel unter 50% ist, dann wird der Effekt auf 60% Grievous Wounds erhöht. Dann haben wir Champ Tech Fumigator. Das ist die AP Variante. Ich denke eher, dass es eine Support Variante ist, weil es sehr günstig ist. Klar ist gut, dadurch kommt man schneller auch dran, wenn man es als Midlaner, als Fiss vielleicht braucht. Allerdings haben Midlane Items meistens keine Mana Regeneration drauf. So ein Support Item ist. Deswegen denke ich, ist es eher ein Support Item. Aber müssen wir mal sehen. Hier haben wir denselben Effekt. Das heißt, ihr habt 40% Heal Reduced drauf, wenn das Ziel immobilisiert ist. Das heißt, die Zählt ist es sogar 60%. Stuff of Flowing Water. Das ist so ein bisschen Nami-like. Das heißt, wenn ihr jemanden shieldet oder heilt, dann bekommen beide 15% Move-N-Speed. Und ein bisschen Ability Power. Das heißt, eine Mischung aus Nami und Lulu. Ancient Runestone. Das ist das Support Item. Ich glaube, hier hat sich gar nichts geändert. Oh, stopp. If you have placed 20 Stealth Wards, transform into Itaxley Wards Stone. Okay, cool. This Item, bla bla bla, increase your Stealth Wards and Control Wards. Bei 1. Okay, das ist nett. Das ist auf jeden Fall nett. Das ist auf jeden Fall nett. Das ist auf jeden Fall mega nett. Das heißt, man kann zwei Control Wards stellen. Mega nett. Mega nett. Cool. Und dann haben wir noch das Itaxley Wards Stone Upgrade. Also das ist offensichtlich der Support Item. Das ist der Wards. Also es gibt wieder einen Wards Stone dann tatsächlich. Der Wards da. Level 13 Required. Okay, man kann es auch erst mit Level 13 kaufen. Die bringen also echt wieder einen Wards Stone mit rein. Das ist interessant. Hm. Ja, hat einfach... This Item can store up to 3 Purchased Control Wards. Okay, man muss sie auf jeden Fall kaufen. Aber 3 Control Wards. Ist cool, weil sonst konnte man immer nur 2 mitnehmen. Hat auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr Werte. Nett. Es ist nett. Gut. Infinity Edge. Boah. Leute, das war ich nicht. Ich glaube, boah, Leute. Ich weiß nicht, ob ich das noch alles hier reinbringen soll. Das ist... Ich weiß... Es ist erschlagend. Es ist unglaublich viel. Weil alle Items werden jetzt auch nochmal geändert. Infinity Edge. Ja, das ist jetzt ein Podcast. Das soll ich machen, Leute. Der Item Build Podcast. Infinity Edge gibt jetzt nicht mehr direkt 25% mehr Critical Damage, sondern pro 20% Crit Chance. bekommt ihr 8% mehr. Das heißt, wenn ihr 60% Critical Strike Chance habt, dann habt ihr den alten Wert. Davor habt ihr weniger, danach habt ihr mehr. Ginsu's Rage Blade. Ginsu's Rage Blade hat nicht mehr diesen stackenden Effekt. Dafür macht es jetzt pro 20 Critical Strike Chance und hat jetzt auch Critical Strike Chance. 40 Magic On-Hit Damage. Ist nett. Lord Dominic's Regards ist relativ gleich. Hat 30 Armor Penetration und ihr macht bis zu 20% Bonus Physical Damage against Champions mit mehr HP. Ich glaube, das ist ziemlich ähnlich. Hat aber Critical Strike Chance jetzt auch drauf. Essence Reaver. Essence Reaver hat jetzt den Spellblade, das heißt den Trinity-Effekt in sich drin. Ich sag mal Trinity, den Sheen-Effekt. Das heißt, wenn ihr einen Zauber macht, macht ihr damit Damage am Gegner und restort auch Mana. Allerdings hat es jetzt deutlich weniger AD. Und generell... Ja, weiß ich nicht. Ja, muss man mal gucken. Ist sehr gut für Ezreal, aber muss man mal sehen. Phantom Dancer. Phantom Dancer gibt euch Movement Speed und Ghosting. Phantom Dancer hat aber nicht mehr diesen Schild-Effekt drauf. Dafür, wenn ihr 5 Mal angreift, das ist so ein bisschen jetzt wie Rage Blade, bekommt ihr 40% Attack Speed. Und könnt natürlich durch alle durchlaufen. Gargoyles Stone Plate. Und hier, das muss ich einfach sagen, Leute. Das passiert, kommt nämlich jetzt. Wir haben bei allen... Alle Items haben noch sehr ähnliche Effekte, ein bisschen verändert. Die Items haben jetzt alle 2 Effekte. Nicht alle, aber sehr viel. Hier haben wir Winters Embrace auf Frozen Heart. Das heißt, reduziert Attack Speed. Und Damage, den ihr bekommt, wird reduziert. Pro 1000 HP um 7. Capped at 40%. Ne, wird immer reduziert. Dann haben wir Renewings oben. Renewings ums Loat Gegner und reduziert... Ich glaube, okay, bei Renewings war es auch vorher drauf, oder? Ja, da war ja noch dieser Crit-Reduzierungs-Damage drauf, ne? Wobei, das ist hier auch. Reduce. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass jeder dieser hier, Black Cleaver, jeder dieser Items hat jetzt 2 Effekte. Also nicht jeder, aber krass viele. Das heißt, hier haben wir den Armor Shred Effect drauf. Und wir haben your Attacks and Abilities gegen full gestrattete Ziele machen Bonus Damage 5% Missing Health. Ist krank. Sterex Gauge. After Dealing or Taking Damage, ihr heilt euch um 3% über 6 Sekunden, nachdem ihr Damage gemacht habt oder Damage bekommen habt. Und das ist für jeden Champion unique. Also 5 Champions. Außerdem habt ihr den Lifeline-Effekt. Death's Dance. Death's Dance könnt ihr jetzt hier... Champion Takedowns gibt euch 30% Movement Street für 2 Sekunden. Und macht den Ignore Pain-Effekt runter. Das heißt, dass dieser Damage, den ihr bekommt, verteilt wird. Also, worauf ich einfach nur hinaus möchte, ist, dass jetzt unglaublich krass viele Effekte auf jedem Item sind und man einfach... Dass es überladen ist. Das ist einfach ein Erschläg. Das ist einfach unglaublich krass viel. Klar, gibt es jetzt schon Items, die zwei Effekte haben. Zum Beispiel bei Black Cleaver wirst du auch noch schneller. Das war vorher drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer noch drauf ist. Und dafür ist jetzt ein anderer Effekt. Aber das hier ist halt einfach ein total komplexer Effekt. Wieder... Was heißt komplex? Aber... Ich finde, das ist einfach insgesamt sehr, 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 sehr viel. Und vielleicht ist das cool und geht in seinem Kopf mit der Zeit rein. Aber man muss das erstmal verarbeiten und man muss da sich erstmal wirklich lange reinfuchsen. Vor allem, wenn euer Gegner dann drei Items hat. Er hat, keine Ahnung, eine Hydra. Hier Hydra haben wir jetzt Gain, Total Health, Bonus Attack Damage. Okay, das ist jetzt nicht krass heftig, aber... Also ist schon stark, ne, aber... Man muss erstmal wirklich gucken, was macht jedes Item, was bedeutet das, wenn mein Gegner einen Phantom Dance hat, einen Rage Blade und, keine Ahnung, noch einen Mythic, dies und das. Ne, da muss man... Das ist irgendwie... Aber es gibt auch Effekte, die sagen, ja, wenn du das machst, heilst du dich. Wenn du das machst, wenn du einen Champion angreifst, heilst du dich. Und du kämpfst auf einmal gegen einen Champion und der heilt sich. Und der heilt sich auf einmal nochmal und der heilt sich nochmal. Und dann muss ich sagen, was passiert hier eigentlich überhaupt? Und was ich mit den Mythics schwierig finde, ist... Ich denke, man wird als erstes immer direkt einen Mythic bauen wollen. Sofort. Und dadurch ist so ein bisschen die Varianz in Items geht so ein bisschen unter, glaube ich. Du kannst nicht sagen, okay, ich fange jetzt einfach mit was anderen an. Ich fange jetzt mit einer Ravenous Hydra an. Ich fange jetzt mit einem Death Dance an oder mit einem Witzend, weil es gerade passt. Oder mit einem Rune King oder mit einem Zeekiss. Sondern man wird wahrscheinlich immer erstmal einen Mythic bauen, weil die einfach unglaublich krass stark sind. Ja, Leute, das Video war sehr lang. Es tut mir leid. Und ich habe leider nicht alles abgearbeitet. Die meisten Items sind sehr ähnlich geblieben, muss man sagen. Ich denke, ich werde da sowieso nochmal ein Video zu machen und die anderen Items abgeben. Weil das wird einfach... Das ist zu viel, Leute. Guckt euch das an. Das ist zu viel. Das ist einfach zu viel. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es war trotz, dass es so lang war, irgendwie noch nicht zu langweich und nicht zu verwirrend. Und nicht... Ihr müsst ja auch nicht alles merken, sondern sagen, ja, Tobi, das ist krass oder Tobi, das ist nicht krass. Ja. Auf jeden Fall. Auf Wiedersehen. Tschüss, goodbye und bis denn, Antenne. Later. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.